Gespräch auf der Paderborner Heide Hörst du nicht die fernen Töne Wie von Brumbas und von Geigen? Dorten tanzt wohl manche Schöne Den geflügelt leichten Reigen. Ei, mein Freund, das nenn' ich Irren, Von den Geigen hör' ich keine, Nur die Färklein hör' ich Quirren, Grunzen nur hör' ich die Schweine. Hörst du nicht das Waldhorn blasen, Jäger sich des Weidwerks freuen, Fromme Lämmer seh' ich grasen, Schäfer spielen auf Schallmeien? Ei, mein Freund, was du vernommen Ist kein Waldhorn noch Schallmeie, Nur den Sauhirt seh' ich kommen, Heimwärts treibt er seine Säue. Hörst du nicht das ferne Singen Wie von süßen Wettgesängen, Englein schlagen mit den Schwingen Lauten Beifall solchen Klängen? Ei, was dort so hübsch geklungen Ist kein Wettgesang, mein Lieber, Singend treiben Gänsejungen Ihre Gänselein vorüber. Hörst du nicht die Glocken läuten Wunderlieblich, Wunderhelle, Fromme Kirchengänger schreiten Andachtsvoll zur Dorfkapelle? Ei, mein Freund, das sind die Schellen Von den Ochsen, von den Kühen, Die nach ihren dunkeln Stellen Mit gesenktem Kopfe ziehen. Siehst du nicht den Schleier wehen, Siehst du nicht das leise Nicken? Dort seh' ich die Liebste stehen Feuchte Wehmut in den Blicken. Ei, mein Freund, dort seh' ich nicken Nur das Waldweib, nur die Liese, Blass und hager an den Krücken Hinkt sie weiter nach der Wiese. Nun, mein Freund, so magst du Lachen Über des Phantasten frage, Wirst du auch zur Täuschung machen, Was ich fest im Busen trage? Das Gespräch auf der Paderborner Heide erinnert an Goethes Erlkönig, wo im Fieberwahn das Kind Geisterwesen bemerkt, die der Vater als Naturerscheinungen erklärt. Hier auf der Paderborner Heide Wird ein Schwärmer desillusioniert. Hörst du nicht die fernen Töne, Wie von Brumbas und von Geigen? Dort enttanzt wohl manche Schöne Den geflügelt leichten Reigen. Ei, mein Freund, das nenn' ich Irren, Von den Geigen hör' ich keine, Nur die Ferklein hör' ich Quirren, Grunzen nur hör' ich die Schweine. Aus dem Brumbas werden grunzende Schweine, Aus den Geigen quirrende Ferkel, Aus dem romantisch verklärten Blick Auf ursprüngliche Dorffröhlichkeit, Der verachtende Blick auf Dorfelend. Hörst du nicht das Waldhorn blasen, Jäger sich des Weidwerks freuen, Fromme Lämmer seh' ich grasen, Schäfer spielen auf Schalmeien. Ei, mein Freund, was du vernommen, Ist kein Waldhorn noch Schalmeie, Nur den Sauhirt seh' ich kommen, Heimwärts treibt er seine Säue. In dieser Gegenüberstellung wird die Zielrichtung klarer. Was aus der Sicht des einen fromme Lämmer sind, Sind aus der Sicht des anderen getriebene Säue. Letztlich können wir uns darunter auch die jeweilige Sicht Auf die Lebensweise der Menschen auf dem Dorf in der Heide vorstellen. Wir brauchen auf die Gegenüberstellung von Englein und Gänselein Nicht näher einzugehen, denn in der nächsten Strophe Wird die Zielrichtung noch deutlicher. Hörst du nicht die Glocken läuten, Wunderlieblich, Wunderhelle, Fromme Kirchengänger schreiten, Andachtsvoll zur Dorfkapelle. Ei, mein Freund, das sind die Schellen von den Ochsen, von den Kühen, Die nach ihren dunklen Stellen mit gesenktem Kopfe ziehen. Spätestens hier stellt sich heraus, Daß es zwar im Gespräch um eine Verwechslung geht, Uns Lesern wird hingegen klar, daß diese frommen Kirchgänger Tatsächlich nichts anderes sind als dumm gehaltene Ochsen und Kühe, Die vor lauter Lebensdumpfheit und unter der Knute Eines rückständigen Katholizismus die Köpfe hängen lassen. Siehst du nicht den Schleier wehen, Siehst du nicht das leise Nicken, Dort seh ich die Liebste stehen, Feuchte Wehmut in den Blicken. Ei, mein Freund, dort seh ich nicken, Nur das Waldweib, nur die Liese, Blass und Hage an den Krücken hinkt sie weiter nach der Wiese. Wir hatten die Desillusionierung von romantischer Verklärung des Dorflebens. Wir hatten die Satire auf das hinterwäldlerische Leben in einer wirtschaftlich und politisch abgehängten Region. Jetzt reiht sich das Gedicht auch noch in den Kontext der Schmerz- und Hassgedichte, wie ich es nennen möchte, die sich auf eine verräterische Liebe beziehen. Heine übertrifft sich immer wieder selbst darin durch das Ventil, der unter Umständen betont unfairen Hassvisionen letztlich vor allem den eigenen Schmerz auszudrücken. Das Waldweib mag zwar auch ein Ausdruck des Elends sein. Damit das Heine aus dem Bettelweib einer früheren Fassung ein Waldweib macht, scheint es ihm tatsächlich auch um das Bild von einer bösen Hexe zu gehen. Nun, mein Freund, so magst du lachen über das Phantastenfrage. Wirst du auch zur Täuschung machen, was ich fest im Busen trage? Nicht der Freund wird die fest im Busen getragene Liebe zur Täuschung machen. Sie wird sich demnächst als Täuschung herausstellen, und der Phantast weiß es eigentlich auch. In diesem Gedicht offenbaren sich letztlich in einem verkappten Selbstgespräch zwei Perspektiven. Die desjenigen, der sich noch der Illusion hingibt, von einer treuen Frau geliebt zu werden, und die desjenigen, der erkennt, daß diese Liebe zum Dichter zugunsten eines spießbürgerlichen Philisters verraten wird. Herzlichen Dank. Die Sinn- und die Tür sind sehr ernieig. Die hauen Sie sehen. Sie wissen, dass die Telde sind auf. Und zwar haben Sie diesen Tag. Wie kann uns das? mit den Tag. Wir sehen uns drei일ę. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.